Hallo, ich grüße euch von Herzen. Mein Name ist Vater Laurentius. Ich bin Dominikaner und lebe hier mit meinen Mitbrüdern und stehe hier vor der Dominikaner Kirche St. Paulus in Worms. Hier leben, arbeiten, predigen neun Mitbrüder, die so aussehen wie ich und wir laden euch herzlich ein, einen Blick hinter die Klostermauern mit uns zu machen. Was ihr hier seht, ist die sogenannte Kopie der Hildesheimer Portaltür vom Hildesheimer Dom. Man könnte mit modernen Begriffen sagen, ein Eyecatcher aus dem 19. Jahrhundert und diese Hildesheimer Portaltür ist ein gutes Beispiel für die sogenannte Biblia Pauperum, die Bibel der Armen, denn über die figürlichen Darstellungen, Szenen aus dem Alten und Neuen Testament konnte man den Leuten, die nicht lesen und schreiben können, konnten, erklären, was in der Bibel drin steht. Ihr seht mich jetzt hier am wichtigsten Ort unseres Komplexes stehen, das ist die Kirche. Diese Kirche hat eine tausend Jahre alte Baugeschichte und hat natürlich alles Mögliche erlebt. Erstmal die betenden Menschen, die hier gebetet haben, gezweifelt, gehofft, aber natürlich auch die ganzen Zerstörungen, Veränderungen. Es ist eine romanische Kirche, die in den Außenmauern noch romanisch erhalten ist, aber ganz viele Veränderungen im Laufe der Jahrhundert erlebt hat, zum Beispiel die Barokkisierung, die man natürlich vorne am Altar sieht oder auch an der Decke mit den Engeln. Und wir beten hier öffentlich. Jeden Tag feiern wir die Heilige Messe und das Chorgebet zusammen mit den Menschen, die zu uns kommen. Ich gehe jetzt mit euch ein Stück weit in die Höhe. Wir gehen in die sogenannten Heidentürme hinein. Dieser Begriff ist etwas kompliziert, aber unsere Türme, unsere beiden Klostertürme sehen ja aus, ein bisschen manche sagen, wie eine Art Moscheenturm. Das kommt an den Kreuzfahrern, die im Heiligen Land waren und dieses Motiv an der alten Graveskirche in Jerusalem mitgebracht haben, hier in die Region. Und deswegen sind diese Heidentürme so ein bisschen unser Aushängeschild. Und in diesem Turm gibt es auch noch zwei Gebetsräume und da gehen wir jetzt hin. Hier sind wir in einem der Oratorien dieser Heidentürme. Ein Ort der Stille, eine Kapelle. Und in der Kapelle lohnt es sich, einfach auch mal den Mund zu halten. Von daher ein Ort, wo man verweilen kann und nachsinnen kann über Gott, das Leben und sich selbst. Vielleicht mit der schönste Ort, den wir hier zeigen können für euch, der Klostergarten. Gärten und Klöstern haben eine alte Tradition. Sie verbinden natürlich Gott, Religiosität und die gute Schöpfung. Und von daher ein Ort, wo man verweilen kann, wo man einmal ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Hier stehe ich im sogenannten Kreuzgang unseres Konventes. Neben Klostergarten und Kirche auch ein ganz wichtiger Ort. Der Ort, wo die Mönche sich vorbereiten, bevor sie dann zur Liturgie gehen in die Kirche. Oder bei uns eben auch ein Ort, wo Veranstaltungen stattfinden. Dichterlesungen, Vorträge, Musikabende. Also ein Ort auch der Kommunikation, der Begegnung zwischen Welt und den Mönnigen. Ich sitze jetzt hier ganz gemütlich in unserem sogenannten Refektorium. Das ist auf Deutsch der Speisesaal. Denn wir leben nicht nur von Luft und Liebe und der Heiligen Schrift, sondern wir leben auch vom täglich Brot, von dem, was wir zu uns nehmen. Unser Leben als Dominikaner ist geprägt von Gemeinschaft und Kommunikation. Denn an sich bin ich kein Dominikaner, sondern der offizielle Titel unseres Ordens ist Wir sind die Prediger, Brüder, die Prediger. Das heißt, wir verkünden das Wort Gottes. Und das tun wir mit den drei Gelübden, die für viele sehr anspruchsvoll sind, für uns auch. Die Ehelosigkeit, der Gehorsam und die Armut. Das heißt, wir haben eine Gütergemeinschaft. Wir leben alle zusammen aus einer Kasse, wenn man so will, die genährt wird durch die Arbeit der Mitbrüder. In der Hochschule, im Gefängnis, in den Pfarreien, in der Wissenschaft, bei Vorträgen, Exerzitien. Wir laden Menschen ein, zu uns, bei uns mitzuleben. All das prägt unser Leben. Und ich hoffe, dass wir das auch noch lange hier an diesem Ort tun können. Und ich hoffe, dass wir das auch noch lange hier ansehen. Und ich hoffe, dass wir uns